Willkommen zur Invasion der Körperinvasoren. Ich weiß nicht, ob's der Boss ist. Ich hab keine Planes. Ob es das ist, ich hoffe mal... also nein, ich hoffe nicht, weil dann haben wir das Spiel ja durch und so. Was kann jetzt noch mal Eigenartiges für'n Boss? Wir sind Mini! Was haben sie ja? Danke, 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 danke. W, T, F. Wir gehen in den Mund rein, wir werden sterben. Oh mein Gott, was kommt jetzt bitte? Wir müssen hier im Inneren von einem was-weiß-ich-herein... Die sind ja mies, die Dinger. So, die muss man in eine Ecke drängen, dann kommen sie nicht mehr weiter, so. Ich bin jetzt echt gespannt, was kommt. R1, R1, R1... Oh mein Gott. Boah, ich hab das Ding jetzt hier runtergeschmissen. Ah, ich kann greifen, gut. Gut zu wissen. Wow. Ist mal ein geiler Boss. Was? Wo ist das Ding jetzt? So, ich hab's noch. Oh. Ist wie das Ding hier runtergefallen, oder was? Ich guck mal nochmal nach. Tatsächlich. So. So, zack. Also. Paun. Ich hab doch geschossen. Ah, ich kann hier jetzt lang schon. Sachen sammeln. So. Und noch ein. Zack. Ich hab mein Ding wieder nicht. Doch, da ist es ja. Ich hab's. Ich hab's. Oh, es ist ja voll mies hier. Ich kann die Dinger nicht sammeln. Zack. Zack. Ja. Irgendwie kriegt man's dann doch noch hin. Oh, alter. Kacke. Na, tolle Wurst. Was genau muss ich jetzt machen? Das liegt mir sehr richtig. Oh, ich muss jetzt sein komisches Zeug da weghauen. Ja, ich muss es tun. Okay. Also, wenn das alles ist, dann bin ich froh darüber. Okay. Das wär ja mal ziemlich leicht. Das sag ich jetzt so. Vielleicht ist es schwer. Ja. Also, noch ist es jetzt nicht allzu heftig. Cool, jetzt ist nur sein kack Auge da. Oh. Ich nehm's zurück. Das ist nicht kack einfach. No, er kann sie jetzt wieder zu einer Masse zusammen machen. Okay. Voll rein. Zack. Alter, wenn du einen Eimer in die Zange nimmst, dann bist du weg. Das heißt, er muss gut handeln. Also, schnell handeln. Gut handeln, sag ich. Dann ist das kein Problem. Jetzt hat er wieder nur seine Augen. Ich versteck mich mal wieder. Jetzt nimmt er wieder seine Masse zusammen. Jetzt hat er sogar zwei Augen, der Junge. Oh, jetzt ist er an zwei geteilt. Oh, jetzt ist er an zwei geteilt. Aber ich bin auch gleich down. Oh man, das ist echt... So. Zack. Jetzt nimmt er wieder hier. Zack. Seine ganz... Jetzt hat er vier Augen. Jetzt wurde er an vier geteilt. Okay. Bitte lass mich nicht verkacken, ey. Darauf habe ich gar keinen Bock. Okay, jetzt ist er nur noch zu dritt. Mit seinen komischen Dings. Oh oh. Okay, muss jetzt abschießen. Risiko. Zack. Jetzt haben sie mich wieder hier in die... Werden voll aggro, ey. Ach, warum treffe ich die denn jetzt nicht? Zack. Warum habe ich jetzt nicht geschossen? Zack. So. Du bist jetzt auch wieder nur ein kleiner Furz. Aber ich bin jetzt auch nur noch ein kleiner Furz. Nein, ich bin auch tot. Gott. Jetzt werden sie aggressiv haben. Nichts zum Wehren soll. Jetzt hat jeder was. Oh my goodness. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Endloss ist. Weil das kann nur so mies, heftig, deftig sein. Es kann nur da was sein. Yes. Okay. Und jetzt? Noch das Auge. Das ist es. Das ist es. Das ist es, Leute. Das ist es. Scheiße, Leute. Scheiße. Gott. Was kommt jetzt? Also ich bin... Sie haben ein Trophäe für den Schlied. Alter Dings und ab. Und... Spielfortsatz. Und was mache ich da? Oh, Leute. Toll. Oh mein Gott. Was kommt denn jetzt? Bin denn alles noch? Oder... Ja, finde ich auch. Oh mein Gott. Wie geht es Ihnen? Ich war auf einer Reise. Von Ebene zu Ebene. Von Gedanken. Ich musste kämpfen. Dann stürzte ich. Und alle lachten mich an. Aber sie hatten keine Gesichter. Also lachten sie nicht wirklich. Doch ich habe das herrliche Polster bewundern. Da waren diese Geometrien. Fraktatende Sternwürmer. Die um eine Zuneigung kämpften. Und sich wunderten. Dass meine Augen Kuchen waren. Und sich drehende, kochende und tanzende Arten. Das große Raumschiff ist kein Raumschiff. Es ist ein zerbrochener Gedanke auf einem Blütenblatt. Okay. Der Junge ist durchgeknallt. Fortsetzen. 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 Ja. Okay, das ist nicht die Falle. Och ich dachte jetzt echt ich habe es noch. Warte mal. So, jetzt gehen wir mal hier hin Leute, das ist die feine Welt Das ist der Kosmos Bis dahin und ciao, ciao